So unterschiedlich die Lebensformen auf unserer Erde auch sind, eins ist ihnen allen gemein. Sie alle bestehen aus Zellen und sie haben sich aus einer einzigen Zelle entwickelt. Wie aber können aus einer einzigen Zelle so komplexe Lebewesen wie ein Baum oder ein Mensch entstehen? Die Antwort ist einfach und komplex zugleich. Damit aus einer Zelle ein vielzelliges Lebewesen entstehen kann, muss sie sich teilen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Neus. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der Marshall. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben des Lebensformen. Vielen Dank.